Ich glaube, ich streamen mal meinen... Ja, komm... Haha! Dejavi! I've seen this place before! Regen! Koli oder am Rennen? Ja, im Koli! Ich überleg gerade, der Medium fällt ja dann leider weg, ne? Ernsthaft! Boah, ach ja... Ich mach nen neuen Stream, ne? Ich mach nen neuen Stream oder Party Sound. Das war das jetzt. So... Dann könnt ihr nämlich frei halten. Miko, das ist übrigens Bohnwelle, ne? Da musst du immer kurz aufpassen. Oh... 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 Spices KI... Nee, doch nicht. Ach stimmt, ich bin ja letzter. Ich kann ja... Machen, was ich will. Jetzt hatte ich so nen guten Start und würde ich dann... Vier... Au! Das war ein bisschen zu viel. Scheiße! Ich weiß nicht mehr so. Ja... Ich weiß nicht mehr. Ach, doch... Ach, doch... Ach, so sch... Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ja, ich krieg von hinten auch noch Gesellschaft. Achtung, Achtung! Platz 12. Das ist scheiße, wenn du nix machen kannst. Warte mal, war das jetzt auch Regen oder trocken? Aber ich wäre jetzt endlich mal an dem vorbeigekommen. Ich bleib aber trotzdem. Achtung! GG! Yes! Ah, Kamperstack hat wieder gewonnen. GG! Ah, ja. Ich habe jetzt ein Medium verbraucht. Ich habe jetzt ein Medium verbraucht. Im Haupt mit Sprint drin. Habe ich ja auch, ja. Und ich kann jetzt hier kein Medium mehr, weil ich kann den verwendeten Wellen. Der zeigt mir an, dass ich hier unten mit dem Medium fahren kann. Und ich starte mit der Reifen Lebensdauer bei 50%. Das ist die Greta Thunberg-Version. Ja. Ja. Das ist immer gut. Das ist so komisch. Das weiß ich nicht. Ich verstehe nicht. Ja, naja. Am Donnerstag bin ich in jeder Kurve anders. Und dann würde ich glaube ich schon mehr von mir als meisten gefahren werden. Ja. Weil ich mich halt einfach nur aus dem Bauch auf der Strecke gefahren habe. Nein. Trotzdem werden wir nicht drüber machen. So. Ich glaube ich... Na doch. Ich glaube ich gehe tatsächlich... Ich gehe doch... Ich gehe früher an die Box. Weil die Medi... Weil die harten Reifen haben eigentlich... Auch wenn sie hohe Prozente haben, haben sie eine richtig lange Performance-Zeit. Ich starte mit Harten. Ich will aber wegen Safety-Car. Ich... 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 Ich meine gut, wenn am Anfang etwas passiert ist, ist das halt scheisse, aber... Ich... Ich mache das so wie gesagt. Ich... 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 Ich bin W17. Ja komm ich überhol... Ja komm, okay. KI wird dich nicht vorbei ausprobieren. Ja, deswegen bin ich jetzt vorbei gegangen. Alles die von automatischer Fahrt startet ist... Ja, du hättest noch mal hinten links einen Klick machen können und hinten rechts noch zwei Klicks sogar. Ja. Ja. Jetzt hattest du so 92, da du schon noch die 94 hast. Das ist so frech, denke ich. Set, wo hast du ein gutes Setup? Ähm, wenn ich halt mal benutzt. Wie ist das denn? 3, 2, 2. Warte, ich hätte nicht alle kappen können. Guck mal, den letzten zwei Personen, denen das passiert ist unter Formel 1, die eine Strafe hatten und mussten sie absetzen. Und die bei der Einfahrt dann wieder einen Fehler gemacht haben und die Boxeinfahrt überkreuzt haben, ne? Mhm. Also die letzten zwei waren einfach Japaner. Einmal Zunoda und einmal Ida. Hamilton hatte doch auch diese Zeitstoffe, weil er nicht, weil er in die Box gegangen ist, obwohl das gar nicht durfte in Manza, ne? Nein, aber es ging darum auch, dass du hast ne... Du hast ne Strafe, also bei dem Boxenausfall. Die haben jetzt schon 10% gereift. Wirklich, ich dachte, Dreckspiel. Ja, sie haben nur viel Spaß mit den Reifen. Ja, was soll ich machen, Digga? Dieses Dreckspiel. Boxenstabfenster ist offen. Das Boxenstabfenster ist offen. Mir fährt ein freiblich Softs in einem 50% drin. Ja, ich bekomme in jeder... Gefühle in jeder Kurve, wenn ich einlenke 1% mehr. Jede Lenkbewegung 1%. Lenk bloß nicht auf der Gerade. Guck mal, wieviel Zeit das jetzt gekostet hat, Phil. Scheißdraue ich's. Das ist so riesig. Da ist der Punkt. Boah! Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Warum auch ins 3-Sekunden-Fenster? Ach, fick dich, als ich mag, Digga. Und die ES-Fenster wär' jetzt schon cool, Alter. Ich hab's nicht gedreht, wär's drinnen. Egal, Alter. Was'n Racist für die einfach böse Blöcke-Knoppen. Ja, das ist wieder echt wie der im Spiel, weißt du. So, du verlierst pro Runde Sekunden der Zeit und mit Vordermann, so. Ja, danke, Digga. Du hast ja nicht so nix selber, weil ich start das jetzt. Er tritt nochmal nach. Erste? Erste? Von den Autos, die noch im Rennen sind, sind wir an letzter Stelle. Was denn was? Ich seh nix mehr. Ich seh nix mehr. Ich seh nix mehr. So, jetzt mal durchatmen. Von den Autos, die noch im Rennen sind, sind wir an letzter Stelle. Wir haben jetzt in Kürze soviel Prozente dazu bekommen, das war keine gute Idee. Digga, mein Kopf ist gut, Digga. Und ruhig dich jetzt. Junge! Ich hab ja mit der Wunziele raus. Digga, ja, fick dich mit dem Scheiß Benzin, Alter. Ja, ich hab ja mit dem Kopf. Ich hab ja mit dem Kopf gekleidet. Ich hab ja mit dem Kopf gekleidet. Ich hab ja mit dem Kopf gekleidet. Ist der auf Drohung? Ist der auf Drohung? Ist der auf Drohung? Ja, natürlich schon. Oh, ey. Wirklich, das kann... Als ob die Reifen jetzt so n riesen Verschleiß haben. Jetzt Ruhe. Verdammt nochmal. Okay. Hahaha. Yes. Hahaha. Younger. Hahaha. Hahaha.